A future begins Taubo und Hardy back am Start und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76 hier mal wieder von top of the world jetzt fragt ihr euch bestimmt hey was machst du denn hier in top of the world wir waren doch letztes mal noch gar nicht ganz fertig bei der funkanlage denn dort war noch nebenstehende gebäude muss euch leider sagen dass die mutanten wo dort sind einfach zu heftig sind da sind mutanten mit level 98 und so in dem dreh rum und das ist einfach unmöglich in unserem in unserer ausrüstung ist einfach nicht genügend power drin dann ist nicht genügend haben wir halt einfach nicht die waffen dazu deshalb sind wir heute gleich hier hingegangen zu dieser frau hier hoch kommen nun sind wir hier oben ist ein aussichtspunkt nichts besonderes da sehr 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 viele tote menschen hier sind da bist man ja schon langsam gewohnt man muss sagen die aussicht ist hier noch viel besser und hinten ist dann noch das schwarze gebiet haben wir ja auch noch eine quest okay hier noch ein bisschen was wir müssen echt dem nächst dass wir dann noch eine bessere bessere waffen kaufen als baupläne das ist nicht schmerzpläne die blätter kam es recht überladen okay und das ist dabei wir haben ja doch ein bisschen was dabei ja ich habe mal eine blaue farbe wollen wir jetzt auch nicht okay gut Schade, dass hier auch noch keine Baupläne sind oder irgendwas. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass die Baupläne, dass man da nicht so viele findet. Jetzt kommen wir in die zweite Ebene. Seht ihr auch das, was ich gerade sehe? Ein Roboter? Rose? Ich habe jetzt gedacht, dass wir jetzt hier irgendwie eine andere Person finden. Aber okay. Okay. Um zu beweisen, dass ich kein Monster bin, habe ich als Belohnung für Sie ein bisschen alten Schrott zusammengekratten. Okay. Was bekommen wir? Ich finde, die Bilder sind eigentlich auch immer zu cool gemacht. Gegenstand, Belohnung, Stimpack. Aha, kräftige Raiderbeine und Gitarrenschweb. Ja, so. Gebracht hat es ja jetzt eigentlich nicht. Ah, komisch. Ich wollte Ihnen was sagen. Was war es noch? Ach ja, richtig. Also, wollen Sie mir nochmal helfen? Großartig. Die Raider mögen ja alle tot oder verspunden sein, aber damals hatten wir in diesem Gebirge das Sagen. Wir teilten uns in fünf Banden auf. Halsabschneider, Fallensteller, Knallharte, Blackwater-Banditen und Gourmets. Jede Kammer auf ziemlich kreative Lösungen für brenzlige Situationen. Das Problem daran ist, dass ich mich nicht mehr so genau erinnern kann. Kommt von den Camps. Wenn ich jemals eine neue Raider-Armee aufstellen will, muss ich rausfinden, welche dieser verrückten Taktiken überhaupt funktioniert. Eine Win-Win-Situation. Ich erhalte Antworten und Sie erhalten ein Arsenal an furchteinflößenden Dingen, mit denen Sie Feinde verschrecken und Freunde anekeln können. Fangen wir mit meinem Favoriten an. Karma. Nein, nicht dieser New-Age-Unsinn. Ich rede von einem Ken, das hart reinhaut, einen aber ins Wanken bringt. Meine Freunde von den Halsabschneidern hatten eine Möglichkeit gefunden, es als Waffe einzusetzen. Ich leihe Ihnen meinen alten Injektor und Sie modifizieren ihn so, dass er Karma-Pfeile verschießt. Bringen Sie ihn bloß zurück, sonst finde und töte ich Sie. Ernsthaft. Kein Scherz. Das mache ich wirklich. Aha, sehr interessant. Und schaut mal, was ich hier habe. Eine Plasma-Gun. Okay, und hier ist die Madigan's Leiche. Also wissen wir auch, dass die jetzt tot ist. Und wir können die untersuchen. Wenn's klappen muss. Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind wegen diesem Typen hier, oder? Viel Glück dabei, irgendwas aus ihm rauszuholen. Er ist schon eine Weile tot. Er kam hierher, um mit meinen Raider-Partnern zu verhandeln. Sie haben ihn aufgeknüpft und sterben lassen, nachdem Sie ihn davon überzeugt hatten, auszuspucken, was er vorhatte. Und bevor Sie fragen, ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Egal, Sie suchen wahrscheinlich dieses verbrannte Detektor-Verbindungs-Dingsbums, das er installieren wollte, als Sie ihn geschnappt hatten. Scheint wirklich praktisch zu sein. Ich weiß, wo es ist, aber... Ich bin noch nicht bereit zu reden. Vielleicht vertraue ich Ihnen genug, wenn Sie mir helfen. Aha, okay. Neue Waffen haben wir bekommen und natürlich auch Quests. Wir müssen jetzt die Waffe hier modifizieren. Und ich höre hier irgendwie was komisches. Also, dann gehen wir mal zu der Modifikationswerkbank. Sehen wir uns gleich wieder. Ich werde Sie von hier oben aus im Auge behalten. Mit diesen Suchern und meinen Roboter-Augen kann ich so ziemlich alles sehen. Und da Sie mir geholfen haben, das Notfallübertragungssystem anzuzapfen, können Sie, Glückspilz, meine reizende Stimme jetzt überall hören. Super. Okay, wir müssen... die Waffe hier modifizieren. Wacht mal. Was macht der Wack und damit? Oh nein. Ja, natürlich ist die Marvide leer. Also, die Handgemachte möchte ich nicht so oft benutzen. Modifizieren. Weil wir echt keine Munition für die SQW haben und weil die Arsch teuer ist. Modifizieren. Rose Injektor, Karma-Pfeile. Karma-Pfeile und Psycho, Knallbeere, Stahlschrott, Löchendes, Harz. Okay, herstellen. Jetzt haben wir es gemacht. Nachdem Sie das Karma besorgt haben, wird es Zeit, es in Aktion zu erleben. Da gibt es so eine fiese Yaogui-Mutti, die nenne ich immer... Ach, streichen Sie das. Ich habe Sie vor einer Weile aus den Augen verloren, also sorgen Sie dafür, dass wir uns um einen Yaogui weniger Gedanken machen müssen. Mir egal, welcher das ist. Wenn Sie kein Yaogui finden, suchen Sie nach einem anderen starken Tier, damit Sie das Karma in Aktion erleben können. Ich weiß, es hört sich verrückt an, solch ein Biest noch stärker und heftiger zu machen. Aber sobald das Karma nachlässt, wird es so schwach wie ein neugeborenes Kätzchen sein. Miau! Dann erledigen Sie es, sofern Sie die ersten Auswirkungen überleben. Viel Spaß! Macht ja einen Mut. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Schießen wir mit einem Kampfffeil auf ein Yaogui. Aha! Aufgepasst, meine Zuschauer und Fallout-Spieler. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, aber bald steht das größte Fallout-76-Update. Was es je gab in Fallout-76-Update. Das Wastelander-Update. Der Release-Zeit wurde jetzt endlich bekannt gegeben und es findet am 7. April das Update statt. Und was passiert denn da? Oder was kommt denn Neues dazu? Also Neues, das kann man gar nicht mit Worten fassen. So viel kommt dazu. Also wir bekommen zwei Parteien dazu. Einmal die Siedler und einmal die Raider. Und da haben wir gerade noch eine Quest dran bekommen. Untersuche das Haus. Aber wir müssen jetzt kurz hier hin, um das Tier zu erlegen. Auf jeden Fall haben wir dann zwei Parteien. Und vielleicht weiß es ja auch schon der andere wieder. Das sind keine Roboter, keine Holobänder oder sonst was. Das sind richtige Menschen, die endlich nach Appalachia zurückkommen. Und man kann sich ihnen anschließen. Und wir bekommen laute neue Sachen dazu. Ich muss gerade kurz schauen. Also. Jeder Fallout-76. Ich habe gerade in mir gespawnt. Kurz erledigt. Also. Weiter geht's. Wir haben diese zwei Parteien. Und für jede Partei bekommen wir ein Pack. Sag ich jetzt mal. Aber nur die, den ihr auch Fallout-76 schon gehört. Und da bekommt man einmal natürlich einen Raider. und Ziedler-Paket. Dadurch bekommen wir kosmetische Items. Aber auch Items für unser Lager. Zum Beispiel Kisten oder E.T. und vieles mehr. Also lasst euch mal überraschen. Oder schaut einfach auf der Homepage von Bethesda nach. Und ich würde auch den Wastelander Launch Trailer anschauen. Weil der hat mir auch sehr gut gefallen. Da sieht man einfach mal die Qualität von Fallout. was die alles machen können. Es war eine lange Reise. Appalachia hat sich verändert. Ich weiß nicht, ob sie es schon gehört haben. Aber in den Bergen geht etwas vor sich. Es kommen Leute von außerhalb. Sie kommen, um zu bleiben. Du kommst aus einem der Vaults, oder? Wir sind in Gefahr. Wenn du das für mich in Ordnung bringst, zahle ich dir gutes Geld. Nichts und niemand wird uns in die Quere kommen. Jeder hier, wirklich jeder, muss etwas beitragen. Und hier müssen wir so ein komisches Tier töten. Wenn ein Star wäre. Entdeckt Monongar. Aussichtspunkt. Also selber kenne ich den Punkt hier schon. Wow 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 wow. Ah, jetzt bin ich gerade am Arsch. Was habe ich denn mit dem Nektor? Ach der macht ja gar keinen Schaden. Der nimmt halt einfach kein Damage. Will die mich halt verarschen? Ah, der nimmt einfach kein Damage. Was wir jetzt sind. Ah, ja toll. Bin ich runtergefallen. Aber das wird eigentlich echt das heftigste Update. Das wahrscheinlich in Fallout 76 hier dazukommen wird. Wo ist denn? Ist hier. Ach, nehmt schon Damage. Okay, komm. Jo, 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 jo. Ja, ich bin jetzt mal ein Spinpack zu uns genommen. Ja, endlich. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen dran. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen dran. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen dran. Ganz wichtig, dieses Karma-Zeug kann auch nach hinten losgehen, wenn sie nicht vorsichtig sind. Und setzen sie es nicht bei sich selbst ein. Außer natürlich, sie sind überzeugt davon, alles um sie herumtöten zu können, bevor es nachlässt. Okay, als nächstes kommen die Explosionen. Die Fallensteller haben Köder mit Sprengstoff versehen, um die gefährlicheren Wildtiere auszuschalten. Alles noch? Ich möchte, dass sie Sprengköder herstellen, aber verlieren sie dabei nicht ihre Finger. Sie sind kein Roboter wie ich. Für sie gibt es keine Ersatzhände. Aha, sehr interessant. Ich möchte jetzt vielleicht zu Hause jetzt gerade aus, als wäre ich zu dumm. Dieses Monster, dieses Tier zu erlegen. Aber nein, ja, das war so heftig. Aber auch interessant und finde ich cool, dass wir jetzt immer neue Waffen bekommen. Und hier müssen wir nur ein Haus untersuchen. Ach, und dann müssen wir hier, ja, Material finden für den Sprengkörper. Aber genug von dieser Folge, war ja heute echt Action geladen und informativ. Ich sage euch nur eins. Ihr könnt darauf wetten, dass dieses Update Fallout 76 verändern wird. Und in hoffentlich guter Weise nicht, dass die jetzt das nicht ganz so toll hinbekommen. Und vielleicht dem einen oder anderen Fallout 76 wieder interessant zu machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Euer Taubond HD. War. War. War never changes.